Fast geschafft! Zwischenergebnis? Läuft! Oh, du kriegst noch einen tollen Langsamwürfel. Willst du es wegschmeißen? Was soll ich denn mit diesem Scheiß würfeln? Du machst deine Würfel, ey! Nein, tu das nicht! Doch, ich mach alles! Der Linke ist der Geilste! Da kann er selbst aussuchen, was er würfeln möchte. 1, 2, 3, 4, 5, oder 6. Ach so. Also fast jedenfalls. Gua! Hahaha! 100 Geschenke! Viele Geschenke! Ja, 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 ja! Wo komm ich oder nicht? Geschenke? Möchtest du richtig viele Geschenke haben? Ja, natürlich, ich will so richtig viele Geschenke haben. Was ist denn mit dir los? Du kriegst doch zum Welcher. Du hast doch nur drei Bowserfelder. Was ist denn? Du hast zum Geburtstag keine Geschenke für dich, ja? Nein. Weiter! Ja. Du hast doch nur Würfelneck. Ja! Ja, ja. Ja. Ja! 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 Ich kann noch auf dieses Froschbootfeld. Oh! Da kommt ein paar Sterne! Auweia! Noch drei Felder! Ja, was mir wusste! Hey, ja, hm. Hm. Der Sterne? Aber Bowser! So, ich geh mal einen Freund besuchen hier! Ich brauch's überhaupt nicht. Ich weiß ja, wie. Super. 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 Oh! Oh! Jetzt schieß 13! Los Spielführer Falucci! Dich triff, brauchst du das Willküller! Vielleicht hast du ja Glück! Hä? Was denn verkehrte Welt? Wir finden's raus! Jetzt dreht ihr den ganzen Spielstand um? Weil wir sehen, welches Schick seid ihr hier eilt! also dann spritzt man die ohren gleich dass ich euch ein minispiel spielen zehn ministerne für den der das minispiel verliert was alles klar aufgepasst ihr taugenicht dieses mal bestimmt der spiel auf dem letzten platz das minispiel also wer ist letzter möchte kugelhage reaktionskette oder steinblock schlag das kenne sieht ja super aus mit den stein blocken bin ich fand die alle gar nicht mal so interessant aber das haben wir auch am meisten aus ich bin tschuldigung na dann keiner riecheln rutsche an der kette hin oder versuche da möglichst viele stachelgugeln zu treffen um langsamer zu werden wer zuletzt unten ist gewinnt das ist echt geil weil die sind recht neige sie in die richtung in die du dich bewegen möchtest na gut ja mein arsch kannst ja gar nicht jeden mitnehmen das ist voll nervig ich kann gar nicht das geht zu langsam das ist ein bisschen schmutz irgendwie er geht ein bisschen später auf jeden fall ja aber es ist ja kurze zeit und verwundbar ja das ist auch ein drolliges spiel irgendwie ich bin dritter und wieder soll es ja verlieren ne eigentlich bestimmt wird zuerst unten ist hat der letzte ist der letzte ist gewinnt aber ich dachte dass wir würden dann umgedreht werden das spiel an sich ist wer zuletzt unten ist gewinnt und ich weiß nicht dass wir zuerst unten ist weil ihr doppelte verneidung meintest du ja ach so und ich habe das schon so nachmittelt ja ist aber blöd ausgedrückt ja ich hätte es gedacht wenn ich erst bin gewinnt weil ich dadurch verliert ach so ja das geht auch eine wütende e mail an nintendo ja mach das mal weiss der wii service ist noch auf online oder so kannst du direkt einstreichen und dann kommen wir sehen da kommt hier wie für neue hens weiter werden möchte noch mal benutzen ich will der dritte scheiße der wüffel sieht schön aus ganz oder kein dort neben dem in dem leben so scheißegal wenn es noch mal keine würfel und jetzt würde man mit dem würfel ich weiß nicht mehr wir davor stehen dann nicht so richtig das bin ich wo wir jetzt 10.000 mini sterne sie ist ja ja ich will keine mehr soja das ist doch wohl was wir kurz sind und dann so schlecht berufen ja eben das bringe in die budel deswegen freuen wir auf dem bau sein und sie war aus ich noch mal nett sein doch danke danke ist weg wird schwer und sollte alle bereit das ist noch ein boss wie sich die browser schenken und kampfspieler was ist das wie das zählte und fahrer so kaffee spiel das ist wirklich das wirklich geil finden seit dem kampf spiel erst mal kriege ich von ihm von inna toll 3 das los ja richtig der erste kriegt sechs der erste verdoppelt ist auch richtig gut okay wird voll spannend ja doch wir sind gerade auf dem letzten platz eike was darf denn sein flucht vor den robo koopers hindels wettlauf oder kletterklippe md hüpfe über die schwebenden plattform bis ins ziel wenn du fällst verlierst du ein herz ist kein herz mehr übrig scheitest du aus dem rennen aus ich habe hier nichts ich habe hier keine macht halte mich wegen waagerecht rücke kreuz und mich zu bewegen und so um zu springen also oben unten links rechts und soja ok jump 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 evento ja ich kann mache ich sehe wohl überhaupt mal aufgrund getsmann wieso schmeißt du mich in abgrund aufsetzen ich bin auch abgrund gesetzt war was ist das scheiße wieder rauf ist nicht egal für diese leben und ich bin jetzt doch ach so ja ganz ehrlich ich bin schon so auf wenn wir die ganze zeit fühlen und jetzt kommt durch einmal mit zehn die bestehen aber ich ein einzuführen jetzt zum abgrund machst du bei der arbeit keine antaggressions training oder so was das hier das ist sehr erfolgreich das spiel schon lange aus was schon mal schlimmer ich habe gesagt es ist ein bisschen schwer immer letzte hast du nicht mal ein antiprovokationstraining gelernt ich will nein das hat auch laune gemacht dass ich am meisten stelle ist das war nun schon wieder gewinnt gewinnt immer das erste mal dass ich meine partie neun gewinne wie ich das gewinnt aber das kommt ja noch seine schärgen und so ich war auch spannende felder in der scheißegal dann hatten wir so genau was willkommen die wenn du die mini stelle willst du musst du erst einmal scherben vorbei 15 blubber kanonade kettenhund förderung und wiener standen ich glaube ich bin ich hätte nun zu der ruf klub war keine harte also kette nun ja diese war wirst du noch verfluchen diese epischen bildschirme gibt es ja normalerweise regeln achte auf die schiene und wähle schnell eine lore die dich zu einer kanone bringt goldene kanonen richten drei punkte schaden an eiserne kanonen leider nur einen du sollst eine von fünf loren aussuchen mit folgenden tasten und action was ja das steuerkreuz ab die kennst du ja auch oder 1 oder 2 also halte ich war gerecht habe ich glaube das ist einfach eine der fünf tasten du wuchs jetzt die china und guckst welche da zu welcher kanone führen ach so ok weil ich war schon die die karte ist viel schneller auch verdammte angst Ich hatte das Spiel nicht verstanden. Achso, das ist schlecht, wenn man durchkommt, das Spiel. Das hab ich aber auch nicht verstanden, sorry. Der Goldene kann auch noch mehr schaden, hat er gesagt. Ist doch klar, dass du nicht in den Kett und reinsegeln sollst. Nein, ich wollte die... Du hast jetzt die richtige... Ich hab die zwei auch gedrückt, aber eine Sekunde ist zu spät. Ja, die ist richtig. Ich hätte sie auch genommen, aber zu spät. Ich weiß nicht, ob da noch eine Weiche mehr war. Nein, das ist richtig. Oh, okay. Okay. Juhu. Bam, hier. Fünf Grit. Fünf Grit. Grit Chance, wo es 20. Also ich mach nicht was, ob es ist. Ich hab mir jetzt nicht geachtet, wo es ins Tal geht. Ins Tal? Läuft. Alle, ey. Keine Ahnung, wir fahren so langweilig. Boah, 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 boah. Oh, das war wieder stressig. Ich wollte A gedrückt haben, du bist ja richtig goofy. Ich wollte gerade Frauen aber keiner gemotzt haben, hab ich mich verguckt. Nein! Hilfe! Oh, zwei fahren rein? Scheiße, die Wandern, ey. Ich weiß auch nicht, wo die Tasten hier sind, müssen wir mal hingucken. Ja, das muss ich gleich mal entschieden, das ist doof dann hinterher. Ich hab zwei Mal den gleichen ja auch genommen. Ich hab jetzt auch geachtet, weil ich gemotzt hab. Du machst Button-Mashing drüber, oder? Ich hab überhaupt nichts gedrückt. Du hast mich gefragt. Bist du irgendwie versäglich der Wehtest oder so? Nö, nö, nö. Ja, wieder das gleiche. Ja, Oli auch. Egal. Ich ruf mich, Alter. Ach, die anderen... So? Hm? Ich glaub, die anderen Schüsse kommen, die sind auch noch, aber macht ja auch keinen Unterschied nachher. Oh. Hm. Ich hab alles ja verloren. In dem Stellen verlierst du ja nicht, wenn du viele kriegst noch welche dazu, ne? Das ist auch das Endergebnis, ne? Erste, zwei, drei, zwei, drei. Hm. 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 Das Ende kommt wenig überraschend, ne? Irgendwie so. Äh, ich glaub, ich hab... Das ist die erste Mario Party noch nicht gewonnen. Das ist halt für Kinder eine Lektion im Leben, um den Reich mitgegeben. Ich hab aber gedacht, dass du eine Runde nicht gewonnen hast. Von daher ist es für mich gleich blöd. Der Teufel scheißt immer auf den größten Häufen. Es gibt noch Monostelle, glaube ich. Ja, für dich, oder was? Äh, nur für den Weißen Media. Superstar hat man hier begonnen, genau. So, letzte Gelegenheit. Äh, erste Monostelle bekommt... Da wird der Würfelstar. Das muss Jens sein, ne? Die meisten Speziale. Ja, die hat er ja nicht unbedingt benutzt. Könnte ich auch sagen? Zwei oder so? Oder drei, ja? Einer von euch beiden? Wir haben gleich stark. Jens gar nicht dabei? Ich hab die noch so selten benutzt, glaube ich. Ja, sie war ausgetauscht. Ich hab nur ausgetauscht. So, Minispielstar. Ja. Das ist, glaube ich, Rufi. Das ist derjenige, der die meisten Minispieler gewonnen hat. Die finde ich hier irgendwie unnötig. Das wäre die meisten Minispieler. Wenn du nicht, kriegst du sowieso die meisten Sterne aus den Minispielen. Da brauchst du nicht noch was als Bonusgedönes für. Ne, das stand. Und Zufall. Für die häufigsten Zufallsfelder. Ja, Rufi auch. Ich glaube, ich war einmal auf so einem Ding, oder? Oh. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so wie die Pest. Ich verkündete nur das Endergebnis, dass Superstar ist. Ja. Hör auf, das Spiel ist aus. Hier, abregend. Cut. Cut to black. Wie bei Sopranos. Super. Super. Das ist doch mal ein vernünftiger Stern, ey. Solche will ich kaufen im Spiel. Oh. Oh. Ja, danke. Tschüssi. Mach's gut. Vor allem mit Sternen würde ich gewinnen. Das ist ja auch hart, ey. 107. Was ist los mit euch? Hier war der Glückwünsche bei irgendwelche Beleidigungen. Wo bleiben die? Bitch. Ach, wir kennen den Scheiß doch schon. Mir fehlen die Worte, Hufi. Mir fehlen die Worte. Ich wollte gerade sagen, es kommt sehr wenig überraschend für mich. Das war 107 zu 68. Die letzten Runden. Als ob ich da überhaupt eine Chance hatte. Du konntest an, die du diese Rakete übernimmst im letzten Drittel hier. Ja, der Schluss war echt ätzend. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wird ihr unterwegs? Verlorene Mini-Sterne. Ja. Aus Mini-Sterne. Was war das hier? 72 aus Mini-Sterne. 72 aus Mini-Spielen. Machen wir mal. Bonus. Ja. Gut. Möchtet ihr euch noch verabschieden? Mh. 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 Auch noch einen, äh. Mh. 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 Auch wieder Tschüss. Ich dachte, du wurdest Aloha. Nee, Aloha ist mir vergangen. Mh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017